Das ist der Doktor Luther, aus Wittenberg. Er lebt streng nach der Regel. Christus ist mächtiger als der Tod. Er soll einem Nürnberger das Geld für die Doktorpromotion unterschlagen haben. Er soll eine Bauerndirne nach Wittenberg gebracht. Die soll die Tochter einer Hexe sein. So ist er der Sohn des Teufels. Und Ablass, tötet das Gewissen! Was ist das? Was steht da? Aus Liebe zur Wahrheit sollen Wittenberg unter Vorsitz Martin Luthers über die nachfolgenden Sätze disputiert werden. Ihr verbreitet Irrlehre. Dahinter steht der Luther. Er hat euch verführt. Verwandelt. Alle. Verhext. Und deshalb verdammen wir deine finsteren Thesen zum Flammentod. Denkt keiner an die Menschen. Sie nehmen Schaden an ihrer Seele. Sie laufen mir mit Zetteln in die Beichte und glauben sich mit Gott versöhnt. Geh in dich, widerrufe deinen Ehrtümer und auf in Zukunft den Frieden der Heiligen Kirche nicht mehr zu stimmen. Das von dir zu fordern, befahl mir meine Bräwe der Heiligen Vater. Kann ich das Schreiben sehen? Nein, das kannst du nicht! Denn... Wenn mir auf eine wolves, sage ich dich ... Boりões! Untertitelung des ZDF, 2020